Eiei! Eieiei! Eieieiei! Eieieie! 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 Schock, meine Mutter hat gekürzt Ach, nee, der kürzt immer noch! Ja, meine Freunde, was geht ab, als würde ich zu meinem neuen Video kommen? Oh mein Gott. Wir haben, ja, wir sind immer gleich. Immer gleich. Hier, Mohamed. Immer die gleiche Köpfe. Immer die gleiche Typen. Naako. Naako. Heute machen wir T-Challenge. Also jeder hat hier 5.000. Ich denke, ich bin Broker. Okay, hier hat jetzt jeder 5.000 Euro. Und ich habe hier Sachen. Die so eklig sind. Und die wollen eigentlich Tee machen. Also die machen Tee, also grünen Tee. Afghana. Ich darf jetzt nicht zeigen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier ja Ketchup. Und ich liege einfach hier. Und die müssen einfach einen kaufen. Wer am meisten Geld gibt, dann gebe ich ihnen das. Und der darf Moab oder Wulat einfach einen Löffel den Ketchup. Der macht einfach rein. Am Ende mache ich kein 31er, trinke ich auch ein bisschen. Also die müssen schon einen Schluck trinken. Ich brauche gerne. Warte. Dann fangen wir an mit dem Video. Okay, jetzt hat jeder diese Packung Tee drin. Und jetzt kommen wir mit den Sachen. Wer am meisten Geld gibt, dann ich gebe ihn einfach. Also, wir haben hier einmal Ketchup. Okay, ich fange mit 50 Euro an. 500. 50 Euro. Ich gebe 12. Okay, es kommt. Egal, der kauft 500. Einmal kommt 500. Du musst jetzt, ey, der hat jetzt 500 gesagt. Du musst jetzt 600 sagen. Wenn du kaufen willst, musst du sagen. Nein, ich kaufe nicht. Egal, 500 für dich. Ja. Danke schön. Also niemand kauft. Nein, ich habe 500. 500. 500. Ihr habt 5000, ne? Ich glaube ich nicht. Du hast andere Sachen da. Okay, hey. Achso, ich hier den Geld. Okay. Bro, nimm. Ketchup. Warte, warte, hier. Mal bei mir, Papa. Achso. Also du darfst Moeb, oder Vlad, oder Mohammed einfach reintun. Bro. Wenn du willst. Ich komme seit lange. Bro, wir sind seit 5. Klasse. In der Schule und so. Egal, ich tue. Egal. Mach voll, mach voll, mach voll, mach voll, mach voll. Mach voll, mach voll, mach voll. Mach voll. Junge, das ist seiner, was zübt dich. Das ist so. Ich will mir pitt. Warte. Hey, Bro. Das ist deine Sache. Wenn du willst. Wer macht, wer die ekligste Tee macht. Tschüss. Warte, aber. Erste. Erste. Moeb. Dann fertig. Ich rebege. Ich rebege. Oder ich will. Ich rebege. Okay, jetzt dann mit anderen Sachen. Ich. Das ist nicht süß. Scheiße. Schmetter. Junge, ich dachte, das ist scharf. Ja, das ist besser als Ketchup. Okay, dann das ist eine gute Sache. Das ist nicht scharf. Das ist eine gute Sache. Dann musst du einen kaufen und für einen tun. Okay, fang dann wie viel. Nächste. Ich fang mit 50 an. Nein, ich fang mit 100 an. Ich gebe 50. Ich fang mit 100 an. 150. Ich gebe 200. 120. Gleich eins aufs Maul. 300. 400. Man muss immer mehr. Ja, ja. 400. 10. Es gibt immer 50. 500. Äh, mehr als 500? Nein, nein. Nicht, nicht, nicht. Verkauf. Nicht. Zambap. Zitzen, Mann. Das ist aber nicht schlimm wie Ketchup. Ketchup kann ich nicht. Mah, Murciam. Das passt schon so. Kann ich bei dir auch noch ein bisschen? Oh, das ist echt Weli. Ja, passt. Passt, passt. Egal, Gula. Das ist Hähnchen. Boah, was für nichts? Scheiße, bis nichts. Stellt mal vor, Digga, du trinkst das mit Tea. Das ist ekelhaft. Boah, schau mal in den. Walla, ich schau auf meine Mutter, dass es noch schlimmer ist. Boah, Junge, das ist scharf. Muss man das nicht? Schau auf alles, es schmeckt, ne? Hey, Boah. Rumäne, Rumäne. Ah, cool. Soll ich die nächste? Oh, nein. Jetzt kommt Senf. Scheiße. Mein, Digga, ich werde so ekelhaft. Besser Kinschauer. Hey, ich schwöne, ich wusste... Was ist das? Senf. Hey, ich wusste gar nicht, dass es einfach 30 Cent kostet. Wusstet ihr? 30 Cent? Ja. Okay, ich fange mit 100 an. 600 fertig. 600. 600? 150. Eine ist sehr viel. Wie viel hast du? 600, 700. Okay, 700. 800. 1050, Bro. Welche ist das? 1050. 1050. Wollte ich oder nicht? Sag nein. 1050. 1050 hat er gegeben. Was ist denn? Dann bekommst du nur eine. Hast du noch viele Sachen? Sag doch wenigstens, Junge. Nein, nein, der sagt er nicht. Das darf ich natürlich nicht sagen. Dann geben die voll wenig Geld. Ja, ja, ja. Riech mal deine Tasche los. Nein. Ich hab noch... Okay, keiner. Nein, ich kann nicht. Oh, ey. Ich habe eine Zielperson. Ja, Mann, wie soll es aussehen? Bro, hör auf, ich schaue auf mein Mund, da ist dir. Komm mal her. Bro, komm mal her. Ich schwöre dich. Ich schwöre dich. Nein, der darf schon machen. Nein, der darf schon machen. Nein, der darf schon. Junge, du darf schon. Bro, du darfst so viel, du kleiner Wichser. Der darf schon. Ey. Du merkst, ey. Ich. Ich. Ey. Du dreck. Ey. Ey. Ich hab das alles. Ey. 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 Die zwei sind jetzt fein. Oh, der soll abwarten. Jetzt versucht er zu kaufen und er auch. Dann gegenseitig kann ich. Und die zwei. Junge, ja. Tschüss. Ey. Jungs. Aufpassen, ne? Der hat noch nichts. Aufpassen. Was tut dich das? Dann trinkt er nur Tee. Ich sag nur. Wer nicht macht, mach ich auch nicht. Also bis jetzt hat jeder bekommen, aber außer Mohammed. Junge, was tut dich das, Junge? Lass mich doch. Lieb mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Nächste. Das ist mein Lieblings. Die drei passen. Ja. Mayonnaise. 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 Ich mache Mayonnaise. Okay. Ich fange mit 100 an. Mayonnaise. 200. 200. Ich kost 200. 200. 200. 150. 200 hat er gesagt. 200 hat er gesagt. 250. 250. 300. 300. 500. 500. 600. Ich schaue aus mir. 600. 600. 700. Nein, so weit gehe ich nicht, Digga. 700. 200. Tausend. Tausend. Digga. Überschreit. Ba. Tausend. Tausend. Tausund. Tausund fünffund. Tausund... Fünffund. Nijinsky. Tausund. Tausund v armourส. Tausund v freshly Sl Ehomin. Tausund. Tausend. Tausund v Assistance. Tausund v nouvelles Richard. Tausund v money. Tausund vofund. Tausund v f spells wuma. Täusline 8 toast viriate. Noi, gripe stramente. Size femeielli. Deszaine씩 believerni. Der Murzi Hey, hey, hey Jungs, was... Was macht er? Jungs, Leute, ich habe... Er lasst mich nicht ausreden Leute, ich habe euch gesagt, der ist heute mein Feind Okay, halt. Jetzt Die nächste Sache ist Was denkt ihr? Warte, sag wenigstens Wieder so was? Oder was anderes? Nein, nicht so... Warte, warte, mit was fängt das an? Das ist egal Fisch Senf mit Fisch Das ist sogar mit Tomatensauce Das ist so ekelhaft, ich schwöre es dir Ich fange mit 300 an Alter, übertreib nicht Ich fange mit 300 an 500 Ich bin der Verkäufer 1000 1200 400 1500 1600 700 1800 900 1900 1900 1900 Warte, Wiggi, 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 Wiggi... 50 Ok, 1950 ist gekommen 50 Cent 50 Euro Krass, ich gebe dir 200 Ok, hier Vick, Schibauer Hier Hier Wir haben die ganze Zeit wieder Wir haben die ganze Zeit Wir haben die ganze Zeit Die Leute sind hier Er macht die ganze Zeit Wir haben die ganze Zeit Hier Die sind Mus�� Okay Das ist zum Beispiel Ich bin der Verlangen Ich bin der Baden Schau mal, Alter, was ist scheiße? Ich schau mal, Alter, was ist scheiße? Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Ich komm, was tauschen. Nein. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Okay, nächste. Was ist das? Honig. Wir haben hier einmal Honig. Okay, mit was findest du an? Mit 100. Ich fang mit 200 an. Okay, 250 hat er gesagt. 300. 400. 800. Was? 800. Ich steigere mich mehr. 900. 900. Politik? Ich hab schon nie. Es labert hier. 1000. 1000. Nein, so weit geh ich nicht. Ich hab noch nicht. Nicht? 1000. Bei mir weißt du? Mohammed. 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 Bruderherz. Bro. Mein Bruderherz. Bro. Mohammed. Mohammed. Ja, halt einfach jeder zwei Beine. Mohammed. Mohammed, wenn du der Wahre bist. Ich hoffe, meine Mutter. Ich hasse das. Ich hasse das über alles. Warum soll er was Gutes tun? Bro, bitte Mohammed. Du weißt, er ist seit Tag 1. Ich habe mich, wenn du das sagst. Oh, shit. Das ist das. Hock, du wißt du? Hock, du wißt du? Nein, Bro. Wala hoch. Komm, Bro. Mach, mach, mach. Danke, Bro. Ich schreibe. Ich schreibe. Scheiße. Ich schreibe. Ich schreibe, meine Brocke. Wie ist das? Wie ist das? Es ist das zu schnellsten. Ich habe mich schon gemacht. Ich habe mich schon gemacht. Ich habe mich schon gemacht. Ja, genau. Hey, isst du eigentlich? Das riecht so. So sieht bei Vlad aus. Sind wir so weit? Nein. Okay. Das ist nicht was ekliges. Das ist was gutes. Ja, safe. Saft? Saft. Orangen Saft. Bro, kauf mir. Orangen Saft. Okay, mit wie viel fängt es an? Mit 200. 300. 400. 400. 500. Bro. Wie viel fängt es an? Das hat niemand gesagt. Okay, 500. Hey, bro. Das war was. Okay, 500. Okay, 500. Nichts? Keiner? Nee. Nee. Egal, das war was. Du darfst bis hier, bis hier tun. Mach mal. Scheiße. Du darfst bis halb bis halb bis halb bis halb bis halb. Lass mich riechen, Bro. Lass mich riechen. Es ist... Es ist Tonfisch mit Orangen Saft. Es riecht voll. Jungs ey, passt auf. Der hat gar nichts. Passt. Passt Jungs. Alles gut? Ja, alles gut. Bei mir auch. Ich bin hier glücklich. Ich muss nicht trinken. Doch am Ende trinke ich schon nichts. Von uns allen, okay? Von uns allen? Nein. Mann, denk. Bin ich behindert oder was? Nichts am schlimmsten. Was Schlimmes bringen, Junge. Okay. Was Schlimmes? Ja. Ja, was Schlimmes. Ich f*** dich, Moj. Das ist alles. Murchisios. Murchisios. Das ist Pfeffer. Schwarz Pfeffer. Schwarz Pfeffer. Das muss alles. Ich fang mit tausend an. Ich fang mit tausend an. Ich fang mit tausend an. Ich kauf nicht. Ihr muss kaufen, Liga. Was? Ich kauf nicht. 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 Man muss. Soll ich das wegschmeißen, na? Ich kauf nicht. Mach billiger, Liga. Wenn ihr nicht kauft, ich mach dann bei einer rein. Nein, mach billiger. Mach billiger. Ich kauf nicht. Okay, ich fang mit. 500 an, Liga. Nein. Wir haben einfach hack und spiel gefunden, Liga. Alles. 500. 500. 550. 550. 500. Weißt du? Weißt du? Pular, da kommt ihr? 650. Der will, glaube ich. Klamotten. 650. 750. 750. 800. 850. 900. 900. 900. Ich steige nicht mehr. 1000. 1000. 1100. Scheiss. 1200. 1200. 1300. 1300. Kauf. Nee. Habt ihr noch Leberkash? Leute, ich hab mal eine Frage. Wie sagt man eigentlich? Schreibt mal in die Kommentare. Entweder Leberkäse oder Leberkash. Ich bin echt gespannt. Alle sagen Leberkash. Junge, alles muss man sagen Leberkäse. Leberkash. Schreibt man. Leberkash sagt man. Ich schwöre, ich hab zum ersten mal gehört. Diese Leberkäse. Oh, ich kann das gar nicht riechen. Ich hab schon. Ich hab schon davon. Ich hab schon davon. Scheiss. Er macht alles dann. Der hat bei dir. Kann ich sagen. Das war der Debatin. Ich hab mit den beiden. Jungs. Jungs. Oh. Oh. Okay, wie viel willst du? 600. 700. 700. 800. 800. 900. 1000. 1200. 1400. 1400. 1600. 1600. Hast du mal Geld überhaupt? Wenn du nicht hast. 1600. Hör auf Mohamed. Ich mach ihn nicht bei dir. Jungs. Wollah, schieß nicht die ganze Zeit. Mach es. Okay, passt. Ich mach. Wie viel hast du? 1600. Hör doch die Nutella drauf. Schießt du noch auf mich? Machst du noch weiter. Okay, das ist das letzte. Wer am meisten Geld hat, der nimmt das. Hä? Nein. Okay. Okay, wie viel fangst du an? Ich fang die Tausender. 1500. 2000. 2000. 2000. Du hast nicht mehr gedacht. 2100. 2100. Ich kann nicht. 3000. 3000. Ich kann nicht. Hast du 3000? Moer, der F*** macht nicht. Der F*** macht nicht. Warte. Nimm alles. Das ist nicht 3000. Wie viel hast du? Irgendwas mit 2000 oder so. Ja, dann bekommt er wieder zurück. Okay, der ist weg. Okay. Der denkt doch, das ist nicht egal. Bro, mach mir diese Soße und so alles rein. Oh. Schabalparte, mach ich dir hier. Ich kann mich mit dir auch schabal. Ah, lebe. Nee, diese Soße, Bro. Okay, Bro. Okay, ja, reicht schon. Spatz mich mal. Bessalparte. Oh Gott. Jetzt bei Mohamed. Asmrach challenge. Asmrach challenge. Das ist gar kein... Das ist eigentlich nicht tierisch. Bro, das... Weißt du was? Junge dir... Vizite sauce, Bro. Scheiße. So Leute. Alte frese so Leute. Ah. Oh. Oh. Maschine. Äh. Äh. Wala. Warte, bei dir ist auch iklau. Jetzt machen wir bei... Äh. Rula. Asmrach challenge. Handyverbot. Ich höre auf alles Leute. Bei mir riecht das nicht so schlimm. Mama, Asmrach challenge. Asmrach challenge. Asmrach, komm. Asmrach challenge. Wir haben heute zwei challenge. Danke, Bro. Bereit ins. Ah. Leute wollt ihr auch riechen? Hier bitteschön. Warte, wieder Asmrach challenge. Habt ihr gesehen Leute? Ah, der hat zu viel Öl. Ich mein's ernst ne? Das ekligste hat Moeb gerade. Bro, was sagst du dazu? Ach du Scheiss. Ey. Das geht nicht um. Ich spür's dir. Warte, 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 warte. Ladies and gentlemen. Hier. Ihr seht schon wie die aussehen. Halt, like das Video und abonniert. Das Video ist lustig geworden. Voll Haarschau. Ich lach mich kaputt. Part 2. Nee, Part 2 bin ich auch drin. Okay, Jungs. Erstmal Blatt. Schau wie mein Head schlägt. Ich schwöre auf meine Mutter. Schau mal. Schau mal. Okay. Schau mal. Wie war's, Bro? Leute, ich empfehle euch auf jeden Fall. Heide jetzt Moeb. Heide jetzt Moeb. Heide jetzt Moeb. Bitteschön. Boah, ich schwöre, das war ein großer Schluck. Es war ein bisschen ganz gut. Ach nee, es war echt gut. Wir haben keine Zeit. Video wird Linda. Oh, Lida. Oh, Lida. Okay. Jetzt Paimon. Schau auf meine Mutter, der hat gekotzt. Wie war's, Bro? Scheiße, Digga. Seine sieht am ekligsten aus. Jungen Mann, der hat Joghurt mit... Mit? Keine Ahnung. Digga, der muss auch kotzen. Mohamed ist kotzen gegangen, der Arme. Der hat nicht mal getrunken, aber... Jetzt bin ich dran. Jetzt... Ruller dran. Keine Ahnung. Heide, Bro, Heide. Ah, richtig, Digga. Nee, richtig gut. Ah. Scheiße. Da ist dieser Ding auf meinem Fabrik aus der Funke. Der schmeckt gut, der. Echt? Dann mach doch Zose, Digga. Bei ihm war noch... Leute, ich mache hier nicht so viel Cut. Deswegen... Dann denkt nicht, das ist ja... Die machen Fake und so. Dann viel Spaß. Jungen, jeder hat so eine Schlucken. Komm, Bro, komm, Bro. Bismillah. filled up Oh, Barine. Geil. Okay, Leute. Das war es mit dem Video. Okay, HK firm. Okay, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, dass mir das Video da gefallen hat. Komm, warte. Ich捗 dir etwas. Nein, 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 nein. Komm, von hier. Ach du Scheiß, Junge, übertreib nicht, okay, Leute, das war es mit dem Video, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, liked und abonniert, bis zum nächstes Mal, ciao. Bro, weißt du was, haben wir vergessen, dieser Wichs hat nichts getrunken, was ist dieser Wichs?